Musik Kann ich jetzt? Okay Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauerinnen auf YOL Media Ich begrüße euch heute ganz herzlich zu einer weiteren Folge unseres Quartalsthemas Erziehung und Bildung Heute studieren wir gemeinsam die Lektion Nummer 12 mit dem Titel Der Sabbat und heute geht es den Charakter Gottes Leben und Erleben Darum geht es heute Bevor wir in das Wort Gottes und das Studium seines Wortes einsteigen möchte ich mit euch gerne noch ein Gebet sprechen Lieber Vater im Himmel wir sind dir so dankbar dass du uns dein ewiges Wort geschenkt hast um uns herum her sind Krisen, sind Ängste, Krankheit so viel Unruhe lieber Gott aber wenn wir unseren Blick auf dein Wort lenken so finden wir die Ruhe die wir zum Leben brauchen so finden wir Antworten so finden wir Sicherheit und Geborgenheit so bitte führe uns du heute durch dieses Studium lass das ich konzentriert sprechen kann und jeder der deine Worte hört lass das ihn berühren und seinen Charakter verändern und hilf uns her dir immer ähnlicher zu werden schenke uns heute deinen Heiligen Geist das alles bitten wir im Namen Jesu Christi wahre Erziehung besteht nicht darin erhobenen Zeigefingers aufzutreten oder anderen gewaltsam etwas aufzudrängen was sie nicht verstehen und wozu sie gar nicht bereit sind wer andere für eine Sache gewinnen will muss ihr Interesse und ihr Verständnis wecken und genau darauf zielte Gottes Erziehungsmethode schon immer ab Gott hat dem Menschen nicht nur Verstand gegeben sondern er wünscht auch dass er sich seiner in dem von Gott vorgesehenen Rahmen bedient dieses Zitat habe ich euch vorgelesen aus dem Buch Erziehung auf Seite 39 ist das zu finden von Ellen White Ellen White ihr kennt sie ja bereits hat sehr viel über Erziehung geschrieben und das ist auch gar nicht verwunderlich denn die ganze Bibel in der ganzen Bibel geht es ja genau darum wie Gott uns erzieht wozu er uns erzieht warum er uns erzieht mit welchen Methoden und wir wollen heute einen Blick darauf werfen was das Besondere an dem Bildungstag wie er hier in der Lektion auch in der Einführung genannt wird der Sabbat was der darstellt und wie wir das zu verstehen haben denn wir halten ja Sabbat für Sabbat haben Gemeinschaft miteinander aber was ist die tiefere Bedeutung des Sabbats und ich will auch genau dieses Verfahren was ich hier vorgelesen habe anwenden indem ich euch jetzt zum Eigenstudium einige Gedanken liefere die euch weiterhelfen das vierte Gebot besser zu verstehen und dabei werden wir uns die Worte Gottes natürlich betrachten Gott soll zu uns sprechen durch sein Wort und die Haltung die wir hierbei annehmen sollen sollte die sein dass wir uns als Geschöpfe Gottes von unserem Schöpfer belehren lassen schlagen wir dazu unsere Bibel auf und lesen wir aus Kapitel 38 im Buch Hiob den Vers 4 Gott fragt den Hiob und ihr werdet merken das ist eine sehr herausfordernde eigentlich eine rhetorische Frage er fragt ihn wo warst du als ich den Grund der Erde legte sprich es aus wenn du Bescheid weißt und wenn ihr Zeit habt euch dieses Kapitel zu Hause komplett durchzulesen dann werdet ihr merken dass Gott hier mit einer ganzen Reihung an Fragen dem Hiob klar machen möchte dass der Mensch beim Angesicht der geschaffenen Werke erkennen kann wer derjenige ist der das Recht hat zu belehren denn wir haben es hier mit einem Lehrgedicht zu tun so ist das ganze Buch Hiob verfasst ganz herausfordernd sagt Hiob vorher sagt Gott zu Hiob vorher in Vers 3 du sollst mich belehren Gott sagt zu Hiob du sollst mich belehren und wir wissen dass er das er nicht wirklich meinen kann er will ihm damit einfach nur klar machen dass er es doch gar nicht kann in diesem Lehrgedicht soll der Mensch erkennen dass Gott allein die Welt geschaffen hat und somit er der Lehrer in allen unseren Lebensfragen ist wir lesen in Vers 4 die Morgenstern entschuldigt in Vers 7 weiter in Hiob Kapitel 38 die Morgensterne jauchsten miteinander und alle Söhne Gottes jubelten ja die Engel die existierten bereits während Gott die Welt erschafft aber von den Menschen ist noch keine Spur wir wissen aus dem ersten Kapitel der Bibel dass er den Menschen am sechsten Schöpfungstag schaffen wird und die Engel freuten sich im Angesicht all dieser wunderbaren Werke die Gott schuf und wir sollen uns freuen genauso wie die Engel damals wenn wir die Schöpfung betrachten und dadurch Gott in seiner Kraft in seiner Allmacht und in seiner Autorität erkennen er ist unser Schöpfer und er ist viel mehr als das und das werden wir hier im Laufe dieser Lektion auch noch gemeinsam betrachten in der Einführung der Lektion das habe ich vorhin ja auch schon genannt wird der Sabbat ja als Tag der Bildung bezeichnet und das ist eine sehr treffende Formulierung denn Gott möchte uns am Sabbat ganz besonders erziehen er will dass wir uns Zeit nehmen um uns über ihn Gedanken zu machen indem wir vor allem die Werke der Schöpfung betrachten und deswegen sagt er in 1. Mose 2 Vers 2 und 3 folgendes ihr dürft gerne mitlesen in eurer Bibel darin steht und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet das er gemacht hatte und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk das er gemacht hatte und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk das Gott schuf als er es machte wir lesen hier dass das erste was Gott heiligt ein Tag ist der siebte Tag heiligen heißt ja absondern und somit verstehen wir dass dieser Tag für Gott etwas ganz besonderes darstellt am siebten Tag vollendet Gott sein Schöpfungswerk die Vollkommenheit der Schöpfung soll ja am Sabbat als Zeichen der Macht und Kraft Gottes verstanden werden das was Gott durch Sprechen geschaffen hat die Erschaffung allen Lebens mit seinen Gesetzmäßigkeiten in buchstäblichen sechs Tagen soll uns zu einem Freudenfest dienen und jeden siebten Tag dazu einladen diese Feier gemeinsam zu feiern in Gemeinschaft mit Gott und in Gemeinschaft mit den Menschen die ebenfalls Gott lieben und der Prophet Jesaja sagt uns sogar im Buch Jesaja 66 im Kapitel 66 dass wir im Himmel ebenfalls Sabbat für Sabbat zusammenkommen werden das heißt also von Anbeginn der Schöpfung bis in alle Ewigkeit wird es diesen Tag der Anbetung geben dieser Tag der als einziger Tag einen Namen von Gott bekommt also so wichtig war dieser Tag für Gott denn wir lesen ja auch im Wortlaut der Zehn Gebote folgendes den Text den ich jetzt vorlese finden wir in 2. Mose 20 Vers 11 denn in 6 Tagen hat der Himmel hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles was darin ist und er ruhte am 7. Tag darum hat der Herr den Sabbatag gesegnet und geheiligt das ist ja eine Wiederholung aus dem Schöpfungsbericht und manche behaupten dass die Bibel sogar 2 Schöpfungsberichte hat die auch noch widersprüchlich seien nein dem sei nicht so dieses Kapitel beschreibt mehr Details also das zweite Kapitel im Mose Buch das zweite Kapitel der Bibel es beschreibt die Details und wir sollen durch den Text in 1. Mose 2 etwas tiefer in das Schöpfungsgeschehen eintauchen um weitere wichtige Erkenntnisse über die Welt und den Menschen und Gott erhalten das Hauptthema im zweiten Kapitel der Bibel ist das Thema der Beziehungen so könnte man das sagen es geht um Gemeinschaft es geht um Liebe untereinander und wir haben ja bereits gesehen wie der Gedenktag der Schöpfung eingesetzt wird damit der Mensch die Beziehung zu seinem Schöpfer pflegen kann und es heißt ja in der Bibel liebe Gott von deinem ganzen Herzen von ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst das ist ein Spruch das ist ein Gedanke der im alten Testament der im neuen Testament vorkommt durch die ganze Bibel hindurch ist dieser Gedanke eigentlich der Tragende der uns das Gesetz Gottes in seiner geistlichen Bedeutung erklärt und wenn wir Gott lieben so halten wir seine Gebote das sagt ja Jesus im neuen Testament und unsere Liebe zu Gott zeigt sich unter anderem wenn wir als seine Nachahmer ebenfalls den Sabbat in unserem Leben heilig halten dadurch zeigen wir dass uns unsere Beziehung also dass sie wichtig ist dass die Beziehung zu Gott wichtig ist und dass auch nichts dazwischen kommen darf und hierbei dürfen wir nicht vergessen wer unser Nächster ist diese Frage müssen wir uns stellen und wir können sie nur so beantworten dass wir erkennen dass unser Nächster dass unser Bruder und unsere Schwester jeder Mensch ist denn erinnern wir uns als Gott den Menschen schuf hat er ja aus seiner Rippe also aus der Rippe Adams die Eva geschaffen und sie wurde die Urmutter aller Menschheit somit sind wir alle verwandt miteinander ein jeder Mensch hat zum Ziel das Ebenbild Gottes wieder zu spiegeln jeder ist dazu auserwählt und jeder soll auch dazu berufen sein also halten wir fest Gott erschafft alles in sechs Tagen der Mensch entsteht am sechsten Tag und wir können sagen ja er ist der Höhepunkt der Schöpfung denn wir lesen in 1. Mose 1 dass er ja nach dem Bild Gottes geschaffen wurde und erst am siebten Tag vollendet Gott sein Werk an diesem Tag setzt er sein Siegel seine Unterschrift quasi unter sein Werk und das erstellt die Vollendung seines Werkes dar und wir wissen das ist uns bekannt dass der Mensch ja durch die Sünde und den Ungehorsam seine Bildähnlichkeit zu Gott verloren hat und das Ziel wahrer Bildung ist genau das das haben wir jetzt auch schon öfters in diesem Quartal gehört dass es um die Wiederherstellung des Bildes Gottes im Menschen geht sein Charakter soll wieder dem Charakter Gottes ähnlich sein und es ist uns bekannt dass das einzig und allein durch das Werk der Erlösung möglich ist Jesus sagte nämlich am Kreuz kurz bevor er starb es ist vollbracht oder man könnte es auch mit es ist vollendet übersetzen ein weiteres Werk das er vollendete eine neue Schöpfung ich werde jetzt ein Gebet vorlesen das der Paulus gesprochen und geschrieben hat aus dem Neuen Testament in welchem die Wiederherstellung des Bildes des Menschen sehr schön beschrieben wird und wir können sehen wie sehr das Vokabular an den Schöpfungsbericht erinnert während ich den Text vorlese achtet mal ganz genau auf die Worte wir finden den Text in Kolosser 1 Vers 9 dort beginnt er und geht bis Vers 14 deshalb hören wir nicht auf von dem Tag an da wie wir es gehört haben für euch zu beten und zu bitten dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis um des Herrn würdig zu wandeln zu allem Wohlgefallen fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden dem Vater Danksagend der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe in ihm haben wir die Erlösung die Vergebung unserer Sünden schauen wir uns den Text etwas genauer an in Vers 10 kommt das Wort fruchtbringend vor in Schöpfungstext in 1. Mose Kapitel 1 heißt es seid fruchtbar und mehret euch Gotteswerke waren gut wir sollen hier Frucht bringen zu guten Werken sein sagt Paulus wachsend steht hier in Vers 9 die Bäume des Feldes sollen wachsen und fruchtbringend heißt es im Schöpfungsbericht und all das sagt uns Paulus geschieht durch die Erkenntnis Gottes dadurch entsteht geistliches Wachstum und Leben und das Leben an sich in Vers 12 ist der Begriff Anteil am Erbe genannt schauen wir den Mensch zu Beginn für was war er denn eingesetzt als Bewahrer und Erhalter das war seine Aufgabe im Garten Eden dafür zu sorgen dass die ganze Schöpfung instand gehalten wird die Heiligen im Licht wird hier genannt Licht es werde Licht heißt es in der in den ersten Zeilen der Bibel Jesus ist das Licht der Welt und wir sollen es auch sein Gott ist heilig wir sollen es auch sein und in Vers 13 hier in diesem Gebet kommt das Wort Finsternis vor er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis sagt Paulus erinnert ihr euch und die Erde war wüst und leer und es herrschte Finsternis und der Geist Gottes schwebte über den Wassern das ist der Zustand vor der Schöpfung und auch der Zustand vor der Bekehrung eines jeden Menschen solange er Gott nicht kennt und ihn somit auch nicht als seinen Erlöser angenommen hat doch Schöpfung ist ja Erlösung ist Neuschöpfung in Jesus sind wir eine neue Kreatur und weiter hier im Text das Kolosser den Text Antikolosser könnten wir besser sagen in Vers 13 Vers 13 stoßen wir auf das Wort Reich ja was ist denn nun das Reich Gottes Kolosser 1 Vers 13 sagt das ganz deutlich es ist das Reich seines Sohnes seiner Liebe nur in Jesus gibt es Erlösung wenn ich Jesus also theoretisch kenne aber nicht in ihm lebe also in seinem Gesetz wandle ist damit gemeint sein Gesetz ist ja die Liebe so bin ich nicht erlöst denn die Liebe ist ja die Erfüllung des Gesetzes in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen wie ihr gerade bemerkt habt habe ich aus dem Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 54 zitiert und weiter auch dort ja im Johannes Evangelium in Kapitel 1 heißt es in Vers 12 allen aber die ihn aufnahmen denen gab er das Anrecht Kinder Gottes zu werden denen die an seinen Namen glauben die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen des Mannes sondern aus Gott geboren sind per Geburt also nur weil wir leben und unsere Eltern vielleicht sogar gläubig sind haben wir noch kein Anrecht Kinder Gottes zu sein dies geschieht allein durch die Wiedergeburt und das ist unsere Erlösung und wenn wir nun zurück zum Kolossatext nochmal unseren Blick schweifen lesen wir am Ende in Vers 14 in ihm haben wir die Erlösung die Vergebung der Sünden meine Lieben genau das ist der Punkt worauf es wirklich ankommt es ist die Vergebung Jesu daran also sollen wir am Sabbat gedenken wenn wir die schöne Natur sehen die Gott geschaffen hat und dadurch die Kraft Gottes wahrnehmen so erkennen wir wie viel Liebe Gott zu seinen Menschen zu uns hat die er ja aus Liebe geschaffen hat denn Jesus selbst sein Wirken vor uns wird durch das Betrachten von allem Geschaffenen sichtbar seine Liebe zu uns Menschen zu seiner gesamten Schöpfung denn er hat ja das Gesetz des Lebens geschaffen und durch die Übertretung seines Gesetzes musste eine Wiederherstellung geschehen und das drückt sich an seinem Tod am Kreuz aus Johannes 3 Vers 16 sagt denn so sehr hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn gab damit jeder der an ihn glaubt nicht verloren geht sondern ewiges Leben hat und Jesus das wissen wir war am Sabbat tot er ruhte am Sabbat er ist am Sonntag wieder auferstanden und freuen wir uns auf die Wiederauferstehung na klar das ist wunderschön dass das geschehen ist aber dass er den Tod an meiner Stadt aufnahm das stellt meine Rettung dar nun bin ich nämlich frei von Schuld weil Jesus für mich gestorben ist Paulus drückt das so aus lesen wir dazu Galater 6 Vers 14 und 15 mir aber sei es fern mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt denn weder Beschneidung noch unbeschnitten sein gilt etwas sondern eine neue Schöpfung durch das Kreuz Jesus sind wir im Stande eine neue Schöpfung zu werden wenn wir die Vergebung unserer Sünden annehmen ist das nicht ein wahrer Grund zur Freude und der Sabbat ist genau das Symbol es ist der Tag der für diese Freude der Erlösung steht und wenn der Sabbat als Tag der Bildung dienen soll dann wissen wir jetzt was das Ziel was das wahre Ziel unserer Bildung ist es geht darum dass wir unsere Gedanken mit den Gedanken Gottes in Einklang bringen denn wir sollen Gott durch seine Werke kennenlernen und ich will euch gerne ein Zitat vorlesen das beschreibt wie und was Jesus der Lehrer aller Lehrer lehrte das Zitat stammt aus dem Buch Christi Gleichnisse wir finden es auf Seite 23 und die Autoren nennen sich Ellen weit in den Lehren des Heilandes durch Gleichnisse finden wir eine Andeutung von dem worin die wahre höhere Bildung besteht Christus Er Er es nicht Er sagte nichts um die Neugierde zu befriedigen oder den Ehrgeiz zu nähren und dadurch den Menschen die Türen zur Erlangung weltlicher Größe zu öffnen In Gedanken des Ewigen Entschuldigt ich bin in der Zeile verrutscht In allen seinen Lehren brachte Christus die Gedanken des Menschen mit den großen Gedanken des Ewigen in Berührung Was für Worte nicht Er wies die Leute nicht an menschliche Auslegungen über Gott sein Wort oder seine Werke zu studieren Nein sondern er lehrte sie ihn dadurch zu erkennen wie er sich in seinen Werken in seinen Worte und durch seine Vorsehung offenbart Die Beschäftigung also mit der Schöpfung und dem Wort Gottes soll uns am Sabbat begleiten Deswegen ist der Tag heilig Wir glauben ja dass Gott die Welt in sieben buchstäblichen Tagen geschaffen hat und glauben nicht an die Theorien der Evolution Der Sabbat bezeugt genau dies Doch warum ist es wichtig die Schöpfung genauso anzunehmen wie sie in 1. Mose 1 verfasst wurde und ihr zu vertrauen Und welche Lehren erhalten wir aus der Sieben Tage Woche Es gibt hierfür eine sehr gute und ausführliche Erklärung die wir im Buch Patriarchen und Propheten lesen können Da gibt es ein Kapitel das sich die Sieben Tage Woche nennt Ich werde einige wichtige Gedanken daraus vorlesen doch ich empfehle euch das ganze Kapitel mal durchzulesen Es ist sehr aufschlussreich und sehr schön Ein Gedanke zum Beispiel lautet so Gott selbst setzte das Maß der ersten und aller folgenden Wochen für alle Zeiten fest Im Gesetz vom Sinai bestätigte Gott die Woche und den Tatbestand auf den sie gegründet ist Das lesen wir auf Seite 88 Und des Weiteren können wir Folgendes erfahren Der Geist Gottes hat durch die Geschichte der Flut geklärt was die Geologie allein niemals ergründen konnte In Ostagen wurden Menschen Tiere und Bäume die viel größer waren als die heutigen begraben und damit für spätere Geschlechter als Beweis aufbewahrt dass sie durch eine Flut zugrunde gingen Gott beabsichtigte durch die Entdeckung dieser Dinge den Glauben an die biblische Geschichte zu stärken aber die Menschen verfallen bei ihren unnützen Überlegungen in denselben Irrtum wie vor der Sinnflut was Gott ihnen zum Nutzen gab verwandeln sie durch verkehrte Anwendungen in Fluch ja leider aber lasst uns nicht dieser Tradition folgen sondern lasst uns klüger sein so klug wie die Bibel es auch von uns fordert auf Seite 90 lesen wir nämlich wie Gott das Schöpfungswerk vollbrachte hat er den Menschen nicht offenbart ja menschliche Wissenschaft kann seine Geheimnisse nicht voll ergründen Gottes Schöpfermacht ist ebenso unbegreiflich wie sein Dasein aber durch die Natur erfahren wir wirklich das Vorhandensein einer handelnden Kraft einer immer immer gegenwärtigen Intelligenz die im Rahmen ihrer Gesetzmäßigkeit tätig ist Vater und Sohn wirken ununterbrochen im Naturgeschehen Christus sagt mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch das können wir lesen in Johannes 5 Vers 17 wir wissen ja Gott ist der Schöpfer aller Dinge und echte Wissenschaft stimmt mit seinen Werken überein wahre Bildung führt zum Gehorsam gegen sein Walden sie eröffnet unserem Blick neue Wunder und wenn wir nochmal das Buch Hiob aufschlagen das Kapitel 11 auf und Vers 7 bis 9 also diese Gedanken uns beherzigen dann können wir folgendes erfahren auch die klügsten Menschen vermögen Gott nicht zu erfassen wie viel sie auch forschen und lernen immer bleibt eine Unendlichkeit übrig wir können Gott nie erreichen denn Gott ist ewig und er wird es immer sein wer das geschriebene Wort zu Hilfe nimmt wird die Wissenschaft hilfreich finden um zum Verständnis Gottes zu gelangen Gottes unsichtbares Wesen das ist eine seine ewige Kraft und Gottheit wird er sehen seit der Schöpfung der Welt und wahrgenommen an seinen Werken das lesen wir in Römer 1 Vers 20 und wer sich gerne etwas näher mit dem Thema der Wissenschaft und der Schöpfung auseinandersetzen möchte und mit der Sintflut dem empfehle ich einen Vortrag der ebenfalls hier auf Juel Media zu finden ist ein Vortrag von Ronny Schreiber der in etwa so heißt Wissen schafft Wissen der wird hier als Link zu sehen sein und ihr könnt das gerne anschauen und diese schönen Gedanken die darin enthalten sind die werden bestimmt eure Gedanken bereichern zu diesem Thema so ihr Lieben schauen wir uns aber eine weitere Begebenheit aus der Bibel an aus dem Alten Testament und zwar dort aus 2. Mose 16 Vers 14 bis 29 in der ganzen Bibel gibt es ja immer wieder Lehren die uns einen tiefen Einblick in die geistliche Bedeutung des Sabbats gewähren wir können hier nicht alle Bibelstellen anführen es sind wirklich ganz ganz viele also Gott lässt hier keinen Zweifel in seinem Wort dass der Sabbat durchweg ein wichtiger Tag ist und die Beziehung zwischen den Schöpfer und den Menschen immer wieder aufzeigt und auch seine verschiedenen Facetten ja also der Mensch ist ja von Gott ganz besonders und vielfältig gemacht auch sein Denken und genau so ist auch unsere Beziehung dazu und genau so ist nämlich auch der Sabbat es geht nicht um bloßen und blinden Gehorsam sondern es geht um eine tiefe geistliche Einsicht die wir erkennen sollen aber das Manna und der Sabbat sind eben ganz zentral für unser Verständnis und deswegen lohnt sich es da einen Blick drauf zu werfen ich werde einen Teil dieses Textes lesen und ihr könnt ihn in eurer Bibel noch ausführlicher zu Ende lesen ich lese in 2. Mose 16 mal ab Vers 14 und als die Tauschicht aufgestiegen was siehe der lag auf der Fläche der Wüste etwas feines körniges fein wie der reif auf der Erde und da sahen die Söhne Israel und sie sagten einer zum anderen was ist das denn sie wussten nicht was es war Mose aber sagte zu ihnen dies ist das Brot das euch der Herr zur Nahrung gegeben hat dies ist das Wort das der Herr geboten hat sammelt davon jeder nach dem Maß seines Essens einen Goma je Kopf sollt ihr nehmen nach der Zahl eurer Seelen jeder für die die in seinem Zelte sind und die Söhne Israel machten es so der andere viel der andere wenig und Mose sagte noch in Vers 19 wir springen dahin niemand lasse etwas davon übrig bis zum Morgen aber sie hörten nicht auf Mose lesen wir hier und was passierte das was übrig war fing an zu stinken und Würmer bildeten sich draus und Mose wurde zornig über sie aber morgen für morgen sollten sie es sammeln jeder nach dem Maß seines Essens und es geschah am sechsten Tag und jetzt hört gut zu da sammelten sie das Doppelte an Brot zwei Gummer für jeden Einzelnen da kamen alle Fürsten der Gemeinde und berichteten es Mose ein wunderbar geschehen und jetzt sagte er zu ihnen dies ist es was der Herr geredet hat morgen ist eine Sabbat Feier ein heiliger Sabbat für den Herrn was ihr backen wollt backt was ihr kochen wollt kocht alles aber was übrig bleibt legt es für euch zurück zur Aufbewahrung ist so und jetzt wird bis in Vers 29 das auch nochmal wiederholt was ich euch bisher vorgelesen habe denn es war Gott wichtig dass sie sich genau an seine Anweisungen halten Gott wiederholt sehr oft seine Worte an seine Kinder und so machen wir das ja auch mit unseren Kindern nicht war Kinder sind vergesslich wir Kinder Gottes sind auch vergesslich und Gott bemüht sich dass wir es verstehen es begreifen und es macht ihm nichts Dinge zu wiederholen aber kommen wir jetzt nochmal zu dem Text zurück was sollten die Israeliten lernen aus dieser Begebenheit was lernen wir für unser Leben jetzt aus dieser Begebenheit zum einen erkennen wir die Liebe und Fürsorge Gottes für sein Volk er macht ja ein Wunder Tag für Tag um ihnen zu zeigen dass er es ist der sie versorgt außerdem erfahren wir dass der Sabbat nicht erst am Sinai gestiftet wurde denn die Israeliten wussten bereits vorher dass die Sabbat Feier ja für sie verbindlich war und was noch passierte war dass die Heiligkeit des Ruhetages sich tief in ihre Gedanken ihr Bewusstsein einprägen konnte denn es waren 40 lange Jahre wo sich dieses Wunder des Mannas wöchentlich wiederholte als Gott ihnen die doppelte Menge am Freitag gab und wir wissen auch dass das Manna ein Sinnbild für Jesus ist lasst uns dazu im Neuen Testament folgenden Text lesen schlag bitte die Bibel dazu auf Johannes 6 Vers 48 und bis 51 Jesus sagt ich bin das Brot des Lebens eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben dies ist das Brot das vom Himmel kommt wer von diesem Brot essen wird der wird leben in Ewigkeit und das Brot das ich geben werde das ist mein Fleisch welches ich geben werde für das Leben der Welt und ich möchte euch noch was aus dem Neuen Testament lesen was wir in Offenbarung 2 Vers 17 finden denn das ist auch ein ganz zentraler Vers der ganzen Bibel zu den Segensverheißungen für Gottes Volk im zukünftigen Leben gehört nämlich dieser Satz prägt ihn euch gut ein wer überwindet dem will ich geben von dem verborgenen Manna sagt Gott also wir lernen durch die Geschichte mit dem Manna dass es um Gehorsam geht denn wenn sich die Israeliten damals nicht genau die Anweisung Gottes hielten erkannten sie dass Gott sie nicht segnen konnte und auch der Offenbarungssetz macht das ganz klar deutlich dass es um das Überwinden geht der Sabbat also galt als Prüfung für das Volk schon damals in der Wüste und auch heute ist das so und vor allem geht es darum wem vertraue ich wem gehorche ich am Ende der Zeit wird es ja so sein dass der Sabbat als Prüfstein eingesetzt wird worin der Gehorsam gegenüber Gottes gesetzens sichtbar wird das ist das Thema mit dem Mahlzeichen und dem Siegel Gottes worauf ich jetzt nicht näher eingehen werde aber es ist wichtig dass wir uns auch damit beschäftigen und das im Hinterkopf nie vergessen im Buch Bilder vom Reiche Gottes auf Seite 320 lesen wir Christus spielt die Forderung des Gesetzes nicht herunter er sagt uns unmissverständlich dass Gehorsam die Grundvoraussetzung für das ewige Leben ist sein Gesetz ist heilig es ist recht und gut aber es geht Gott nicht um einen formalen Gehorsam ohne Erkenntnis und auch nicht um seelenlose Zeremonien die den Menschen ganz außer Acht lassen der nächste Text den wir jetzt ansatzweise lesen soll genau dies zeigen in der Lektion ist ja der Text Jesaja 48 vorgeschlagen dass wir uns mit ihm beschäftigen und hier geht es um falsche und echte Fräumigkeit in Jesaja 58 Vers 1 beginnt dieser Text so rufe aus voller Kehle halte nicht zurück erhebe deine Stimme wie ein Horn und verkündige meinem Volk sein Vergehen und dem Hause Jakob seine Sünden und aus Zeitgründen werde ich den Text jetzt hier aussparen ihr könnt gerne das ganze Kapitel lesen das gehört zu einem meiner Lieblings Kapitel aber ich werde auch einige Gedanken hierzu aufzeigen wir werden einige Verse näher betrachten die sehr zentral sind für das Verständnis wie Gott möchte dass wir seinen Sabbat auch halten hier in dem Text geht es ganz klar um Charakterbildung was ist richtiges Fasten und die Antwort ist dass es der Dienst am nächsten sollte und das steht beim Fasten hier im Vordergrund oder wie reden wir über andere es geht um die Ausbildung des Charakters beim Fasten und nicht darum dass ich von Gott meine Wünsche erfüllt haben sehe und das Sabbat wird hier ja auch als eine Art des Fastens angesehen denn er wird in einem Atem zugenannt mit dem Fasten es geht ja um das Absagen auch beim Sabbat von allem was einem von Gott weg führt das Fasten eben vom weltlichen Treiben wird hier thematisiert und lasst uns diesen Text jetzt in Vers 13 hier aus dem Jesaja 58 lesen hier spricht der Prophet und sagt oder Gott spricht hier zu dem Prophet und sagt wenn du deinen Fuß vom Sabbat zurückhältst deine Geschäfte an meinem heiligen Tag zu treiben und sind Sabbat eine Wonne und den heiligen Tag des Herrn ehrwürdig und wenn du ihn ehrst sodass du nicht deine Gänge machst deinem Geschäft nachgehst und eitle Worte redest dann wirst du deine Lust am Herrn haben und ich werde dich einher fahren lassen auf den Höhen der Erde und werde dich speisen mit dem Erbteil Jakobs deines Vaters ja der Mund des Herrn hat geredet in Vers 14 haben wir jetzt hier gelesen dann wirst du deine Lust erinnert euch das an etwas mich erinnert es an einem meiner Lieblings Verse aus der Bibel Psalm 37 Vers 4 ist das habe deine Lust am Herrn so wird er dir schenken was dein Herz begehrt lasst uns dieses Versprechen nochmals lesen und die Betonung des Satzes anders legen und zwar so hört gut zu habe deine Lust am Herrn so wird er dir schenken was dein Herz begehrt diese Lesart liebe Zuschauer gefällt mir persönlich viel besser denn sie zeigt ja ganz schön dass sich Gott um unsere Bedürfnisse persönlich kümmern wird im Jesaja Text den wir gerade gelesen haben beziehungsweise den wir uns näher betrachten ja ihr werdet ihn zu Hause selbstständig lesen steht ja im letzten Vers dass uns Gott mit dem Erbteil Jakobs speisen wird und ich denke es lohnt sich sehr dass wir etwas bei der Geschichte Jakobs verweilen was ist denn das Erbteil Jakobs und die Antwort lesen wir in erster Mose 35 ab Vers 12 das Erbteil war ja Gott sprach zu ihm dein Name ist Jakob aber du sollst nicht mehr Jakob heißen sondern Israel und dein Name soll dieser eben sein und so gab er ihm den Namen Israel und Gott sprach zu ihm ich bin Gott der Allmächtige sei fruchtbar und mehre dich ein Volk und eine Menge von Völkern soll von dir kommen und Könige sollen aus deinen Länden hervorgehen das Land aber das ich Abraham und Isa gegeben habe das will ich dir und deinem Samen nach dir geben als Jakob seine Bekehrung erfährt erhält einen weiteren Auftrag den eben auch seine Väter bereits vor ihm bekamen es ging darum den Missionsaustrag zu erfüllen Jesus hat ja auch zu uns gesagt machet Jünger alle Nationen das ist immer dasselbe wenn wir Bekehrung erfahren dann sollen wir das was wir an Gott erfahren haben von ihm erhalten haben auch weitergeben und jetzt da Jakob verändert ist sein Charakter verändert wurde kann Gott mit ihm arbeiten Jakobs Mutter und jetzt gehen wir nochmal zurück zu die Anfangsgeschichte von Jakob hatte ja eine Prophezeiung bekommen dass der große Bruder den kleinen dienen wird das könnt ihr in 1. Mose 25 Vers 23 lesen der ältere wird dem jüngeren dienen heißt es hier und die Mutter war ja diejenige die den Jakob später dann dazu veranlasse den Segen des Vaters auf betrügerische Weise zu ergattern ja ihr kennt die Geschichte wie Jakob seinen Vater betrügt um das Erstgeburtsrecht um den Segen zu erhalten oder wie er seinen Bruder überredet das Erstgeburtsrecht von ihm zu ergattern und wir wissen dass das Leben Jakobs nicht gerade segensreich verlief er hatte sich davon täuschen lassen dass mit seinen eigenen trügerischen Handeln das Ziel seines Lebens erreicht wird welches Gott ihm versprochen hatte aber seine Vorangehensweise brachte ihm nur Probleme gewaltige Probleme und wir kennen sein Leben deswegen erwähne ich es hier jetzt auch nicht weiter und erst als Jakob bereut und den Weg Gottes sucht kann Gott ihn segnen und die Verheißung an ihm erfüllen vorher nicht eigene Wege die voller Gewalt sind sich über den anderen erheben die vor mehr lieben als tatsächlich den Menschen können uns nicht näher zu Gott bringen auch wenn wir meinen dabei dem Ziel nach zu folgen wir wollen das Gute ja und das wollen viele Menschen und ja auch wie allzu oft aber wir wollen es auf unseren Wegen aber Gottes Wege sind anders als die unseren sie sind sanftmütig sie sind voller Geduld Barmherzigkeit und Liebe Freundlichkeit und Wahrheit dürfen nicht fehlen lasst uns jetzt mit dieser Erkenntnis dann nochmal zu dem ursprünglichen Text gehen und betrachten wir den Anfang von Jesaja 58 Gott sagt ja in Vers 1 verkünde meinem Volk sein Vergehen und dem Haus Jakob seine Sünden Jakob so wird das Volk hier genannt und damit zeigt uns Gott dass das Volk unbekehrt ist im folgenden in dem Text steht ja gottlose Faust ungehorsam eigene Wege werden genannt die man am Sabbat eben nicht tun soll und wir können hier sehr deutlich die Parallele zu Jakobs Handeln sehen wie er das Erstgeburtsrecht stahl und dieses Verhalten zeugt von einem Unvertrauen an Gott welches wiederum ihn den Jakob aber auch uns welches uns immer wieder sündigen lässt weil wir meinen Gott hat uns etwas versprochen wir wollen dieses versprechen haben es an uns erfüllen und wir warten nicht bis Gott diesen Zeitpunkt erwählt wir brechen voran und sündigen dabei aber und vergessen dabei allzu oft dass Gottes Wege heilig sind und wir kommen allein nur zum Ziel durch Gottes Wege die wir ja jetzt bereits genannt haben in Psalm 37 heißt es er wird dir schenken was dein Herz begiert Jakob trachtete vergeblich danach aus eigener Kraft etwas zu bekommen dass er später ja dann durch seine Selbsthingabe an Gott und an Glaube an ihn gewinnen konnte und genau das was Jakob hier kannte als er mit Gott kämpfte und sich letztendlich Gott hingab sollen auch wir erkennen wir sollen an Gott glauben und ihm vertrauen dass er sich um all unsere Anliegen kümmert dass wir ihm vertrauen zeigen wir dadurch dass wir ihm gehorsam sind schaut mal was Ellen White hierzu schreibt im Buch biblische Heiligung auf Seite 74 wenn wir Christus in uns aufnehmen dass er durch den Glauben sein Leben in uns lebt werden gute Werke offenbar werden Christus will dass der ihm geweihte Dienst wie er es in Wirklichkeit auch ist schön und anziehend sein mache deine Selbstverleugnung und deine inneren Schwierigkeiten mit deinem mitleidsvollen Heiland ab lege deine Lasten unterm Kreuz nieder und gehe deinen Weg mit Freuden in dessen Liebe der dich zuerst geliebt hat mag sein dass kein Mensch etwas von den Vorgängern ahnt oder von den Vorgängen die sich ganz still zwischen der Seele und Gott abspielen von dem Ergebnis aber des Werkes dass der Heilige Geist am Herzen ausgerichtet hat werden sie alle erfahren denn der in das Verborgene sieht wird es vergelten und das ihr Lieben ist mit höherer Bildung gemeint die uns Gott vor allem am Sabbat lehren will wir 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 in Gott ruhen in seine Ruhe ein kehren damit seine Werke in uns offenbar werden und das alles was hier beschrieben wird sehen wir doch auch in den Heilungswundern Jesu von denen uns das Neue Testament berichtet wir lesen in Matthäus 12 zum Beispiel von der Heilung einer verdorrten Hand eines Mannes und an einem anderen Tag heilte Jesus eine Frau die 18 Jahre lang nicht aufrichtig laufen konnte sie war verkrümmt der Synagogen Vorsteher aber war empört darüber dass Jesus heilte aber die ganze Menge freute sich über all die ehrlichen Taten die durch ihn geschahen und Jesus zeigt uns hier dass der Dienst am Menschen im Mittelpunkt seiner Arbeit steht und dass seine Heilung erst recht am geschehen soll der Gedächtnistag der göttlichen Schöpfung ist ein wahres Zeichen der Macht und Liebe Gottes den Menschen zu heilen das ist keine Arbeit nein sondern ein heiliger Dienst der die Kraft des Christus bezeugt wir kommen jetzt langsam zum Ende dieses Studiums und ich möchte euch noch das ein oder andere Zitat vorlesen aber ich habe ganz viele hier gesammelt und ihr könnt sie alle gerne in dem Skript was unter diesem Vortrag eingereicht wird selbstständig im Eigenstudium dann lesen denn das würde jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen das alles auch 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 wenn diese Zitate wunderschön sind und ich das gerne für euch tun würde aber macht das selber in einer ruhigen Minute in einer ruhigen Viertelstunde ich werde nur ein zwei Zitate jetzt rausgreifen die genau das was wir jetzt hier gemeinsam studiert haben nochmal zusammenfasst und nochmal verdeutlicht das Christentum ihr Lieben hat Kraft und wir als Christen sollen Zeugen sein für diese Kraft des Christentums in einem Brief von 1903 das ist der Brief Nummer 43 lesen wir folgendes Christus hat seiner Gemeinde einen heiligen Auftrag erteilt dessen Erfüllung in jeder Phase viel ja viel Selbstverleugnung erfordert wenn die die an ihn glauben das Kreuz auf sich nehmen ihm auf dem Pfad der Selbstverleugnung nachfolgen und bereitwillig alles in ihrer Macht stehende zum Segen für die tun für die Christus gestorben ist dann wird die Kraft des Christentums bezeugt und in den Herzen vieler die jetzt Ungläubige sind wird der Glaube an den entspringen der sein Leben gab um eine schuldige Welt vor der ewigen Vernichtung zu erretten ist das nicht schön dass es letztendlich so einfach geht ja Ellen White sagt dass unser Charakter Macht ist und jede Gemeinde benötigt diese führende Macht Kraft und Kraft des Heiligen Geistes und jetzt ihr Lieben ist die Zeit genau darum zu bitten und zum Abschluss möchte ich euch jetzt ein Zitat aus dem Buch biblische Heiligung vorlesen das ist auf Seite 66 denn euch geht es bestimmt so genau wie wie mir es oft geht dass wir einige Fragen haben an Gott ich meine wir haben ja am Anfang des Studiums gesehen dass der Sabbat das Zeichen der Vollkommenheit Gottes symbolisiert und die Frage die sich uns stellt und auch mir immer wieder und auch meinen Freunden immer wieder im Gespräch die Frage die sich uns stellt ist es können wir hier in diesem Leben vollkommen sein ist das möglich und wenn die Antwort ja lautet wie ist das möglich was ist der Weg um Vollkommenheit zu erlangen wie können wir Gott ähnlich sein kann uns Gott bereits hier in diesem Leben in sein Bild verwandeln das folgende Zitat beantwortet genau diese Frage hört gut zu und damit schließe ich auch den Vortrag und werde im Anschluss dann auch noch mit euch bieten Jesus stellte uns die Vollkommenheit unseres Vaters als ein Beispiel hin sind wir Kinder Gottes dann sind wir auch göttlicher Natur teilhaftig geworden und es ist gar nicht anders möglich als ihm ähnlich zu sein jedes Kind verdankt sein Leben dem Leben seines Vaters wenn wir Gottes Kinder sind von seinem Geist gezeugt leben wir durch das Leben aus Gott in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig das sagt uns Kolosser 2 Vers 9 und es wird auch das Leben Jesu offenbar an unserem sterblichen Fleische ist das nicht wunderbar wohnt uns dies Leben inne dann wird es uns mit Christus Wesens verwandt machen und uns zu den gleichen Werken veranlassen die er tat auf diese Weise gelangen wir dann in Einklang mit allen seinen Geboten denn das Gesetz des Herrn ist vollkommen und es erquickt die Seele sagt David in Psalm 19 Vers 8 durch die Liebe wird die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert die vom Gesetz gefordert wird in uns erfüllt die wir nicht nach dem Fleische wandeln sondern nach dem Geist zitiert hier aus Römer 8 Vers 4 Liebe Freunde lasst uns jeden Sabbat daran denken dass Gott uns seine göttliche Natur geschenkt hat und dass wir jeden Tag aus ihm heraus leben dürfen und dass das eine wunderbare Freude ist und lasst uns diesen Tag aus diesem Grund zu einem Freuden fest machen Woche für Woche für uns für die Menschen in unserer Umgebung für unsere Familie für unsere Gemeinde und und auch für alle anderen Menschen lasst uns beten lieber Gott und Vater im Himmel wir möchten und wir können einfach nur Danke sagen denn im Anblick und im Angesicht deiner Schöpfung her denn das ist das was wir von dir jetzt sehen können werden wir überwältigt von so viel Kraft und Schönheit von so viel Allmacht die wir zwar nur ansatzweise erkennen können aber die uns verstehen lässt dass du uns liebst dass du möchtest dass wir als geheiligte Menschen durchs Leben gehen bis in die Ewigkeit hinein du möchtest mit uns ewig leben und das ist so schön und wir möchten einfach nur Danke sagen und wir wünschen uns dass viele Menschen auch dies erkennen mögen dass sie diesen Weg diese Pforte zur Ewigkeit dass ihnen der Weg durch das Leben Jesu Christi und durch seine Werke offenbart wird und bereitet wird Herr hilf uns dazu uns durch dein Wort dazu zu erziehen und auch anderen auf diesen Weg zu begleiten und ihnen den Weg des Lichtes zu zeigen wir danken dir im Namen Jesu Christi für alles und wir danken dir für unser Leben Amen und wir dass die die